Dreamer in Foreplay Tada, ich hab noch nen Nachtrag. Einen Nachtrag habe ich noch meine lieben Freunde. Des guten Geschmacks, ich weiß, den Geschmack gelöst. Aber egal, ich bin kein Star Wars Fan. Hol mich hier raus! Nein, tu es nicht! Hol ihn nicht da raus! Lass ihn in dem Wahn, ein Star Wars Fan zu sein! Ja! Ja, also mittlerweile muss man ja so arbeiten, weil dann ist ja nun mal Mickey Maus, Mickey Maus, Mickey Maus, Disney. Ok, warum ich jetzt noch nen Flipper gemacht habe hier, weil im April kommt die Convention. Im April kommt die Convention und da könnte man ja dann schauen, dann geht's.